So, meine lieben Freunde, jetzt ist die, ja, jetzt ist Worst Case und es ist wirklich zum großen Knall gekommen, den ja schon der Kicker letzte Woche tituliert hat. Größer, als man ihn sich hätte vorstellen können. Es geht mir so auf die Nerven. Und zwar hat Lars Windhorst über Facebook, über seine, ich hoffe mal, das ist eine richtige Facebook-Seite. Aber ansonsten haben alle Medien, wurden allen Medien ein richtiger Bär aufgebunden. Ja, für mich zweiseitiges Statement veröffentlicht und seine Härteanteile zum Verkauf angeboten. Ich habe es mir noch nicht im Detail durchgelesen, nur überflogen. Wir gucken uns das mal an, was das für Folgen haben könnte. Diskutieren wir mal ein bisschen darüber. Aus meiner Sicht, wie gesagt, die kann sehr beschränkt sein. Vielleicht gibt es unter euch Leute, die sich da besser auskennen als ich, Gesellschaftsrechtsanwälte oder was weiß ich, oder auch einfach andere Meinungen haben. Dann gerne in die Kommentare da mit rein. Wir müssen uns das jetzt angucken, auch wenn ich heute eigentlich ein ganz anderes Video machen wollte. Jetzt geht es wieder los, dass ich nicht das machen kann, was ich eigentlich will, weil wir hier so eine Probleme haben. Es geht nur noch auf die Nerven. Wir sind aber heute Abend ab 21 Uhr auf Twitch. Da werden wir bestimmt auch mit Nico im Talk drüber reden, auf seinem Kanal. Und danach sind wir dann auf meinem Kanal. Da machen wir Reactions. Ich habe ein paar Videos, die ich mir angucken wollte. Vielleicht gibt es auch ein paar Artikel, die wir dann durchlesen müssen bezüglich der Wintersthematik, wenn es da Neuigkeiten gibt und sich einige Medienschaffende vielleicht ein bisschen detaillierter informiert haben, was das für Folgen für Härte haben kann. Ja, wir gucken uns das jetzt erst mal hier zusammen an. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, was hier schon wieder in diesem Verein passiert. Und es war alles so gut, nachdem die neue Saison begonnen hatte mit neuen Trainern, neuem Präsidium, neuer Mannschaft. Und jetzt überschattet mal wieder eigentlich alles Mögliche, Nebensächliche das eigentlich Entscheidende. So muss man es einfach mal sagen. Also der Account scheint wirklich der echte zu sein. Und wie gesagt, alle Medien, ob Bild, Kicker, Süddeutsche, alle sagen, das ist der echte Lars Windhorst-Account. Ich habe mal zwei Screenshots hier gemacht, weil ich ja kein Facebook, also da nicht mehr richtig reinkomme. Ja, Lars Windhorst hat gepostet. Statement Tenor Holding. Ich brauche jetzt nicht mehr darauf eingehen, was der eigentliche Streitpunkt war. Dazu habe ich drei Videos gemacht, die könnt ihr euch gerne reinziehen. Heute Morgen soll es laut Kicker ein Treffen zwischen Windhorst und Kai Bernstein gegeben haben, sodass das wahrscheinlich dann die Essenz aus diesem Treffen war. Und heute Abend soll wohl darüber entschieden werden, ob Lars Windhorst aus dem Verein ausgeschlossen wird, was aber eben nicht gleichbedeutend damit wäre, dass er keine Anteile mehr an Hertha besitzt. Lasst uns das angucken und so ein bisschen, ich interpretiere mal so ein bisschen, was ich empfinde. Wie gesagt, jeder soll seine eigene Meinung haben und gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich bin da für alle Gedankengänge offen, wisst ihr ja immer und gebe hier nur meine Meinung ab. Nach reiflicher Überlegung und Auswertung der letzten drei Monate stellen wir leider fest, also es ist jetzt im Sinne der Tenor Holding, dass es keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tenor Group und Hertha BSC geben wird. Alle Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kai Bernstein haben uns gezeigt, dass zwischen den Erklärungen und dem dann folgenden Verhalten des Präsidenten ein großer Unterschied besteht. Er hat ja letztes Mal schon, wo ich gesagt habe, Statement an sich, naja, hat er letztes Mal schon gegen Kai im letzten Satz extrem gefeuert. Das ist jetzt wirklich ein krasser Affront, ihm zu unterstellen. Was wir ja nicht nachvollziehen können, dass der Präsident quasi viel redet, aber das dann nicht in die Tat umsetzt oder andere Versprechungen gibt, als er dann umsetzt. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC. Ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht einschätzen, was er sich da vorgestellt hatte. Kai hat ja immer gesagt, es ist wichtig, dem Investor entgegenzugehen, ihm auch auf Augenhöhe zu begegnen und ihn vor allem zu informieren. Er ist jetzt erstmal sehr vage reingeschrieben, keine Ahnung, was er damit meint. Alle Entscheidungen der vergangenen drei Monate wurden mit Tenor als Mehrheitsgesellschafter weder besprochen noch abgestimmt. Ich weiß jetzt nicht, was in den letzten drei Monaten nicht abgestimmt wurde. Er sagt nichts, das wäre natürlich nicht schön. Abgestimmt werden muss es ja auch eigentlich gar nicht, aber natürlich sollten sie darüber informiert werden. Und vielleicht kann man eben auch mit jemandem wie einem Mehrheitsanteilseigner, sage ich ja immer, vorher darüber sprechen, auch wenn natürlich die komplette Entscheidungsfreiheit auch bei uns liegt. Aber informiert werden sollte er schon. Ich frage mich aber auch, was ihm da jetzt so krass aufstößt. Was war denn in den letzten drei Monaten so eine krasse Entscheidung, die hätte mit ihm abgestimmt werden müssen? Geht es jetzt um Trainerentscheidungen? Geht es um, keine Ahnung, dass wir einen Nachhaltigkeitsspieltag machen? Was ist denn in den letzten drei Monaten so vorgefallen, wo er hätte unbedingt mitbestimmen müssen? Geht es um die neue Ausrichtung, dass wir weniger Geld für Spieler ausgeben wollen? Geht es darum, dass wir einen Transferplus erwirtschaften wollten, damit wir mal wieder uns selber tragen können und nicht ständig auf neues Geld vom Investor oder Sponsoren angewiesen sind? Ich weiß gar nicht, was da jetzt so der größte Vorwurf sein könnte. Aber aus seiner Sicht ist das natürlich fatal, dass es nicht besprochen oder abgestimmt wurde. Wie früher haben wir über die Medien oder zeitgleich mit der Presse davon erfahren? Ja, das finde ich natürlich auch nicht gut, wenn es denn so sein sollte. Wir wissen es nicht. Ich finde schon, auch wenn er, wie gesagt, kein Mitbestimmungsrecht hat, dass wenn man einen Investor hat, der einem gut gestimmt ist, das wissen wir ja auch nicht, wie da die Gespräche tatsächlich im Hinterzimmer dann immer ablaufen oder so. Ich fände es schon gut, wenn man, ich meine, Lars Windhorst hat ja auch gesagt, er will Hertha WSC weiter unterstützen, fände ich schon gut, wenn man ihn immer vor der Presse informiert. Das hatte er ja letztes Mal auch schon beklagt, als es um ihn diesen Vorfall ging, dass die Presse vor ihm selbst davon Wind bekommen hat, dass Tenor zu einer Stellungnahme aufgefordert wird bezüglich der Detektei und so weiter. Aber da hat Kaiser selber, glaube ich, in einem Interview danach auch noch gesagt, das war natürlich nicht so gewollt, dass das zuerst an die Öffentlichkeit dringt und dann erst an ihn. Und sie haben ihn ja auch direkt angeschrieben. Also es war ja nicht so, dass man ihnen das nicht gesagt hat. Dann gab es halt wieder irgendwo ein Loch. Das kann man halt auch nicht komplett verhindern und dann ist es halt vorher an die Presse geraten. Also ich glaube, da hat er auch Einsicht gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wovon er sonst spricht. Erwartet er für jede Mini-Aktion im Verein vorher einen Bestandsbericht, bevor das dann veröffentlicht wird? Ob das jetzt Transfer sind, weiß man nicht so richtig. Unsere Bereitschaft, Hertha WSC beim Aufbau weiter finanziell zu unterstützen, wurde abgelehnt. Auch da ist es natürlich relativ ungenau. Ja, auch da ist es jetzt relativ ungenau. Wie genau hätte denn die Unterstützung ausgesehen, dass er nochmal irgendwie 100 Millionen investiert hätte und dafür nochmal 20 Prozent Anteile der KGAA bekommen hätte? Oder wie genau ist das passiert? Ich hatte ja damals Kai in dem Talk mit mir auch gefragt, ob er denn nochmal Geld von Windhorst nehmen würde. Da meinte er, ja, unter gewissen Voraussetzungen würde er das schon machen, wenn das eben nicht sofort in die Spieler investiert werden muss, sondern ob man da vielleicht, als Beispiel hatte er das nur gesagt, dass man da vielleicht auch Geld in Nachhaltigkeit schickt, in Nachwuchsarbeit, in Leistungszentrum und so weiter und eben nicht wieder den Kader einfach nur aufbläht. Weil wenn sich der Erfolg dann nicht einstellt, was ja in der Vergangenheit so war, dann hast du einen teuren Kader, aber hast ja kein Geld mehr, weil es kommt kein Geld rein. Nein, von daher, ich war ja ein großer Freund und habe auch immer versucht, Lars Windhorst zu verstehen und hatte auch manchmal schon überlegt, ach, wäre es nicht schön, wenn Lars Windhorst nochmal Geld reinhaut. Aber ganz ehrlich, seit dem Sommertransferfenster dachte ich mir auch so ganz ehrlich, ich will eigentlich gar nicht, dass er nochmal Geld reinhaut. Also zumindest nicht, wenn das für Transfers drauf geht, weil ich finde diesen Weg, den wir jetzt gehen, viel, viel besser, wenn Bobic den Sparkurs fahren muss, wenn die Gehaltsstruktur komplett runtergegradet wird quasi, ja, dass es keine absoluten Topverdiener mehr gibt, dass man gewisse Grenzen nicht sprengen will. Das ist viel gesünder für einen Verein und macht dich auch in Krisenzeiten, wer weiß, ob man irgendwann nochmal eine Pandemie hat, Krieg, was weiß ich, macht dich in Krisenzeiten auch nicht so anfällig, wenn du auf große Einnahmen aufgrund von sportlichen Erfolgen angewiesen bist. Deswegen, ganz ehrlich, naja, schön wäre es gewesen, wenn man irgendwie nochmal 100 Millionen ausgeben könnte, auch für Spieler, aber diesen Weg will ich eigentlich gar nicht mehr gehen. Wir müssen doch auch mal aus der Vergangenheit lernen und man sieht es ja auch bei Wolfsburg, die es immer wieder machen, das alleine bringt eben nichts. Du musst eine Mannschaft wirtschaftlich so aufstellen, dass es auch läuft und du alles bezahlen kannst, wenn du eben nicht den sportlichen Erfolg hast und wenn du daraus dich dann sportlich weiterentwickeln kannst, ohne eben zu viel Geld von außen, dann ist das das gesunde Wachstum, wie es eben Union oder Freiburg vormachen. Und dann kann man vielleicht auch Spieler teuer veräußern und sich auch steigern, was die Gehaltsstruktur angeht. Aber das muss organisch wachsen, weil sonst bist du immer abhängig, wieder Geld zu bekommen, wenn sich der sportliche Erfolg halt einfach nicht einstellt. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob es stimmt. Wenn es stimmt, muss er sich auch nicht beleidigt fühlen. Vielleicht wollte auch Hertha einfach nicht nochmal weitere Anteile verkaufen, was ja mit dem einhergegangen wäre. Ich kann verstehen, dass man, wenn es gewisse Voraussetzungen für ein neues Investment gibt und man sagt, wir müssen jetzt direkt wieder neue Spieler holen und Bobic gerade dabei ist, aber das Gehaltsgefüge in Ordnung zu bringen, auch nicht mehr so hohe Ablösesummen zu zahlen, eine andere Transferpolitik zu fahren, dann finde ich es völlig okay, dass man nicht nochmal neues Geld annimmt. Aber das klingt für mich im Subtext so, als ob Lars Windhorst nochmal Geld reinschecken wollte, damit sich doch endlich auch mal der Erfolg einstellt. So, jetzt kriegt er nochmal Geld, jetzt könnt er nochmal Transfers machen mit Fredi Bobic statt mit Micha Preetz. Dann muss sich aber der Erfolg auch einstellen. Also ja, weiß ich nicht, was daran jetzt so schlimm sein soll, wenn Hertha versucht, auf eigenen Beinen zu stehen und eben nicht nochmal neues Geld anzunehmen. Wie früher haben wir über die Medien oder zeitgleich mit Presse zusätzlich finanziell zu unterstützen wurde abgelehnt. Präsident Kai Bernstein ist erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert. Dies zeigt auch die aktuelle Debatte über eine angebliche Beauftragung der israelischen Agentur durch Tenor. Statt gemeinsam mit uns an der Aufklärung zu arbeiten, hat Präsident Bernstein entschieden, sich ohne Prüfung der Beweislage den Vorverurteilungen anzuschließen. Also ich will jetzt auch nicht immer nur einseitig sein, ich versuche ja immer beide Seiten zu verstehen. Ist halt schwierig von außen, aber ich verstehe einfach nicht, warum er jetzt sagt, dass sich Präsident Kai Bernstein entschieden hat, Vorprüfung der Beweislage den Vorverurteilungen anzuschließen. Wo hat er denn vorverurteilend gesagt, Lars Windhorst hat das gemacht und jetzt raus mit dir. Er hat auch nur eine Kanzlei beauftragt, das finde ich, erwarte ich auch von einem Präsidium, dass sie eine Kanzlei beauftragen, um eben, wenn so eine komischen Geschichten schon öfter aufgetreten sind, im Zusammenhang mit dem Investor, dass man einfach mal rechtlich prüft, was ist denn daran dran. Der Kicker hatte jetzt berichtet, dass Hertha wohl sogar auch diese Fallakte des israelischen Gerichtes vorlag. Und dann ist es doch völlig logisch. Klar kann man das untereinander erklären, aber auch das wurde ja gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es klug war, da Windhorst ein Ultimatum zu setzen, aber auch da, dass die eine Stellungnahme geben sollen zu den Vorfällen und dass es uns nicht ausreicht, einfach nur zu sagen, es ist Unsinn, das ist doch verständlich und hat nichts mit Vorverurteilung zu tun. Wenn man jetzt irgendwie uns Fans vorwerfen will, weil wir gesagt haben, Windhorst raus und so weiter, dass wir davor verurteilt waren, okay, aber dafür kann ja auch Kai Bernstein nichts, ohne ihn jetzt immer verteidigen zu wollen. Ich sage ja auch, das ist nun mal die Unschuldsvermutung, solange nichts rechtlich geklärt ist, gilt derjenige halt als unschuldig in dem Sinne. Aber es ist für mich auch weiterhin nicht völlig klar, dass es eben nicht vorgekommen ist, dass er gegen Bauer und so weiter Spione aufgehetzt hat und diese Kampagne da gestartet hat. Also bis jetzt kann ich ja noch nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass es so ist und ich weiß nicht, woher er nimmt, dass Kai jetzt hier vor Verurteilungen sich angeschlossen hat. Vielmehr hat der Präsident in einem Gespräch mit uns als Ziel seiner Aktivitäten den Break mit Tenor und Lars Windhorst benannt. Also in dem Gespräch, was angeblich ja heute Morgen stattgefunden haben soll, hat der Präsident gesagt, diese Aktivitäten mit der Kanzlei und so weiter, die hat er beauftragt, damit es zum Break zwischen Tenor und Lars Windhorst kommt. Das soll er so gesagt haben. Wenn das so ist, dann kann ich natürlich die Vorverurteilungsgeschichte, die er im Absatz davor gesagt hat, verstehen, weil dann hätte Kai das ja wirklich nur gemacht, um ihn rauszukriegen. Aber kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen und wirkt für mich ein bisschen komisch, weil man muss doch wissen, dass man, selbst wenn diese Vorwürfe wahr sind, den guten Windy nicht einfach so aus dem Verein schon, aber als Mehrheitsanteilseigner der Gesellschaftsanteile der KGAA einfach so rauskriegt. Ja, also schwere Vorwürfe. Er wirft jetzt Kai quasi als Präsidenten von Hertha vor, dass er von Anfang an nicht an einer Zusammenarbeit interessiert war, dass alles das, was er vorher in den Interviews und auch in seiner Rede gesagt hat, dass man mit ihm zusammenarbeiten will, alle zusammen für Hertha, wir Herthaner, dass das alles nur Gequatsche sei und dass er keine Taten folgen lässt, dass er genauso weitergearbeitet hat wie Gegenbauer und ja, dass er von Anfang an daran interessiert war, Lars Windhorst vom Verein auszuschließen. Unter dieser Voraussetzung ist eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hertha BSC ausgeschlossen. Unsere wirtschaftlichen, aber auch die sportlichen Ziele sind so nicht zu erreichen und damit ist die wesentliche Grundlage unseres Engagements für Hertha BSC zerstört. Ja, wenn es denn so sei, dass Windhorst rausgedrängt werden soll quasi aus dem Investment von unserem Präsidium, wenn es denn stimmt, was er sagt, dann verstehe ich natürlich auch, dass er da nicht weiter mit Hertha zusammenarbeiten will. Andersrum, wenn es jetzt nur darum ginge, dass man ihn nicht bestens informiert hat und überall eingebunden hat, das hätte er ja vorher beim Abschließen des Vertrages wissen müssen, weil er hat ja nun mal, außer irgendwie Sitze im Beirat und im Aufsichtsrat, hat er ja nun mal keine Befugnis, sich mit an dem operativen Geschäft zu beteiligen durch ihn oder eben Dritte, die durch Windhorst gestellt werden. Also von daher weiß ich gar nicht, was hat er sich jetzt erhofft durch einen neuen Präsidenten? Ein Handlanger, dem er diktieren kann, wie er jetzt weiter zu arbeiten hat oder wie ist das gemeint? Wir wissen ja auch, dass, ich will gar nicht wissen, wie weit es geht. Es wird immer schlimmer, es ist wie bei House of Cards. Es ist leider jetzt halt auch im Wirtschaftsbereich, wo einer dabei ist, der unfassbar viel Geld hat, der schon sehr, sehr viele unangenehme Dinge vollzogen hat. Wirtschaft ist knallhart. Da geht es um nichts anderes, als wie kann man den anderen gefühlt am Ende austricksen zum eigenen Vorteil, so ungefähr, in der ganz großen Wirtschaft. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen Schiss, weil er wollte ja offensichtlich, dass Frank Steffel unser neuer Präsident wird. Keine Ahnung, was dann passiert wäre. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass das jetzt wie so eine Kampagne gegen Kai ist, um vielleicht ein paar Mitglieder auch gegen Kai aufzuhetzen, damit, ja, ich meine, in anderthalb Jahren gibt es die nächste Präsidentenwahl, dann vielleicht ein Wunschkandidat von Windhorst kommt. Also, das ist jetzt nur so ein Gefühl, aber, ja, ich finde es einfach merkwürdig, dass nach drei Monaten es jetzt so abgeht. Das ist ja noch schlimmer als unter Gegenbau. Und vorher war einfach alles ruhig. Deshalb beenden wir, also, wie gesagt, es gibt keine Grundlage für das Engagement bei Hertha. Deshalb beenden wir unser Engagement bei Hertha und bieten dem Verein offiziell an, unsere Mehrheitsanteile in Höhe von 64,7% zum damaligen Kaufpreis zurückzukaufen. Damaliger Kaufpreis. Erstes Investment 220 Millionen, zweites Investment rund 150 Millionen, also knapp 374 Millionen für insgesamt 64,7% der KGAA. Windhorst weiß genau, und das wird jeder von uns auch wissen, dass Hertha dieses Geld niemals aufbringen kann. Ein Großteil ist verbrannt. Ein anderer Teil des Geldes wurde in Altverbindlichkeiten gesteckt. Ein großer Teil fragt man sich bis heute, was ist denn eigentlich mit dem Geld? Hertha wird das niemals aufbringen können, es sei denn, man holt sich irgendwie einen neuen Investor, der das bezahlen soll. Das heißt, was will denn Windhorst jetzt mit dieser Aussage? Wir wissen es nicht. Kicker hat geschrieben, dass wohl Windhorst schon seit einigen Monaten auf der Suche ist nach jemandem, der ihm die Anteile abkauft. Dann ist das ja eigentlich auch, wenn das wirklich so sein sollte, nach Kicker-Informationen, die ja jetzt eigentlich nicht einfach so irgendwas ins Blaue hinein sagen, dann ist das hier auf Facebook von ihm natürlich auch ein bisschen heuchlerisch. Wenn er seit Monaten jemanden sucht, der seine Anteile abkauft und wahrscheinlich einfach nur keinen findet und jetzt noch so eine Schlammschlacht hier über Facebook anfängt mit unserem Präsidium, mit unserem Verein, dann frage ich mich wirklich, wie ernsthaft ist, dieses Statement überhaupt zu nehmen. Was kann ich davon überhaupt noch ernst nehmen, was er sagt? Und mal ganz abgesehen davon, das über Facebook zu klären, an sich erstmal diese Plattform und generell so zu klären, in der Öffentlichkeit, was ist das denn für eine Art und Weise? Was ist das denn für eine Art und Weise? Also ich habe vorher von unserem Präsidium nicht einmal irgendwas in der Öffentlichkeit gepostet, gesehen bezüglich Lars Windhorst, dass er vorverurteilt wurde. Also nichts dergleichen. Das Einzige, was Hertha gemacht hat, ist halt im Hintergrund diese eigentlich ja neutrale Kanzlei zu beauftragen und die Mitglieder darüber zu informieren. Also ich verstehe gar nicht, warum er jetzt auf dieses Niveau geht und das erste Statement fand ich schon schlecht und das finde ich jetzt noch schlimmer. Also kann man das dann, kann man dann nicht wenigstens, selbst wenn man überhaupt nicht miteinander klarkommt, wie normale Leute in der Wirtschaft das so klären, dass man sagt, gut, wir hatten jetzt eigentlich eine Pressekonferenz für diesen Dienstag geplant oder Mittwoch, dass wir zusammen jetzt verkünden, als in der Pressekonferenz dass Lars Windhorst seine Anteile verkaufen will, weil die Zusammenarbeit keinen Sinn macht, muss man das mit solchen Beschuldigungen gegen das Präsidium und den Verein beenden? Also es ist wirklich unglaublich. Es ändert groß und es ändert richtig krass auch an Klinsmann seinen Abschied. Da fehlt bloß noch H.O.E. euer Jürgen oder H.O.E. euer Lars. Wieso macht er das jetzt so? Und ich habe ja mittlerweile dadurch, dass die Wirtschaft, wenn es um so eine Summe geht, ja so hart ist, schon immer die Befürchtung im Hintergrund, ey, vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen oder so, ja. Vielleicht, er weiß ja ganz genau, dass Hertha das nicht zurückkaufen kann, vor allem zum damaligen Preis. Jeder hat ja damals schon gesagt, es war überteuert, wie er die eingekauft hat und heutzutage, was sollen die Anteile wert sein? Gerade wenn man eben immer bedenkt, dass er überhaupt kein Mitbestimmungsrecht hat, wer soll daran Interesse haben, diese Anteile zu diesem Preis zu kaufen? Nicht mal Hertha BSC selbst, die es sowieso nicht können, aber wer von extern soll daran Interesse haben? Er kann doch eh am Ende mit dem Verein nichts anfangen, wenn er da selber keine Entscheidungsgewalt hat. Also da müsste jemand ja wirklich, er kriegt keine feste Verzinsung, gar nichts. Wieso sollte dafür jemand den damaligen, nicht mal damalig bestandenen Wert von 374 Millionen dafür zahlen? Fehlt hier nur noch, dass er sagt, ja, wir haben ja auch noch eine harte Inflation dieses Jahr, im September von 10 Prozent verzinst, möchte ich das dann bitte haben. Also er hat ja scheinbar auch kein Investor gefunden. Also warum macht er das? Ich habe da schon wieder Angst, dass er irgendwie das an irgendeinem anderen Unseriöses weitergeben will oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oder eben, dass er schon vorbereitet sich nach dem Wahlkampf bis vor dem Wahlkampf auf die nächste Wahl. In der Hertha-Satzung der KGAA, die könnt ihr euch öffentlich reinziehen, ich versuche daran zu denken, den Link unten in die Beschreibung zu hauen, steht unter Paragraf 5 Aktien folgendes, die Übertragung von der Aktiengesellschaft bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die persönlich haftende Gesellschafterin und die persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hertha BSC Verwaltung GmbH. So, dass quasi der Verein, das Präsidium, ich weiß jetzt nicht genau, müsste man nochmal in die Satzung der Hertha BSC Verwaltung schauen, quasi zustimmen muss oder es der Zustimmung bedarf, um einen neuen Gesellschafter ins Boot zu holen. Also er kann jetzt, Lars Windhorst, nach diesem Stand hier, hat Hertha da quasi ein Eingriffsrecht, ein Vetorecht, sodass Lars Windhorst nicht einfach sagen kann, ha, ich habe hier einen Käufer und jetzt habt ihr hier einen saudi-arabischen Scheich, der bei euch investiert ist, wäre ja noch gruseliger. Vor allem, wie geht es dann weiter? Andersrum, ganz ehrlich, kann es viel schlimmer werden als jetzt mit Windhorst. Kann es viel schlimmer werden? Am Ende hat ja der Investor, selbst egal, wer das am Ende ist, außer dass er natürlich ganz, ganz negative Presse für uns bringen kann, hat ja der Investor überhaupt keine Entscheidungsmacht. Ja, also das Einzige, was uns passieren könnte, selbst wenn dieses Vetorecht, was ja anscheinend da ist, nicht bestünde, wäre, dass jemand kommt, der Hertha aufgrund seines Namens oder wie er das Geld erwirtschaftet hat, komplett in den Abgrund reißt. Aber hier sieht es ja so aus, als ob es einer Zustimmung von Hertha bedarf. Bloß irgendwie habe ich im Gefühl, dass Lars Windhorst mit diesem Statement, sonst würde er es auch nicht so öffentlich machen und am Ende noch sagen, was ja absolut lächerlich ist, dass er Hertha das zum Kauf anbietet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da was anderes hintersteckt. Also entweder will er eigentlich doch bleiben und will am Ende Druck ausüben, einfach nur aufs Präsidium, um eben in anderthalb Jahren einen neuen Kandidaten zu bringen für die Präsidiumswahl oder wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Nebenabmachungen neben diesem eigentlichen Aufsatz der KGAA, dass vielleicht, ja, wenn Hertha BSC die nicht selber abkaufen kann und die selber keinen Investor finden sollten, der das zu diesem Preis abkauft, dass Windhorst entscheiden kann, an wen er das verkauft. Vielleicht gibt es da, ich weiß es ja nicht und das weiß keiner von uns. Wir wissen ja nicht, was da vielleicht noch für Schriftstücke bestehen, die wir nicht kennen. Wobei natürlich Gegenbauer in seiner Zeit schon immer betont hat, es gibt keinerlei Risiko für Hertha, aber ich würde mich darauf nicht verlassen und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, wenn man selber denkt, es gibt kein Risiko für Hertha, weil wer weiß, was der für, ich sag mal, Rechtsverdreher kennt, der gute Lars Windhorst, dass er am Ende doch alles so gestalten kann, wie er will, weil, wie gesagt, wer sollte diese Anteile jetzt übernehmen? Beste Aktion wäre eigentlich hier, wenn wir quasi die Mitglieder sich den Verein zurückkaufen, das ist einfach so traurig, wie viele Mitglieder haben wir jetzt? 41.000, 374 Millionen, 374 Millionen durch 41.000, ja, jedes Mitglied dann mal einen Beitrag dieses Jahr bitte von 9.100 Euro leisten und schon ist der Verein wieder an unseren eigenen Händen. Und Windhorst geht noch ohne Verlust aus dieser Geschichte raus. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, das ist völlig unwahrscheinlich, auch da irgendeinen Investor zu finden, der so viel Geld für was ausgibt, was nicht verzinst ist, wo er kein Eingriffsrecht hat, wo er auch nicht wirklich Entwicklungspotenzial zu sehen ist, gerade in so schwierigen Krisenzeiten wie jetzt. Find jetzt erstmal einen Investor, der in irgendeine nicht festverzinste Anlage reingeht, in dieser Summe. Warum sollte man das tun, wo überhaupt nicht das danach aussieht, als ob das sich nach oben entwickeln könnte und wo man dann selbst beim Verkauf immer noch härter um Mitbestimmung fragen muss. Es ist wirklich, wirklich gruselig. Laut Kicker-Informationen ist es so, dass Windhorst wohl auch deutlich runtergehen würde mit dem Preis und auch einen Verlust in Kauf nehmen würde. Aber selbst wenn, wer soll das machen? Hertha kann es auf jeden Fall nicht. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es ist eine absolute Schlammschlacht. Ich bin gespannt auf ein Statement da von Hertha BSC. Vielleicht gibt es ja heute Abend dann erstmal das Statement, dass Lars Windhorst aus dem Verein ausgeschlossen ist, dass das durchs Vereinsgericht entschieden worden ist. Ich sehe auch immer noch keine klare, also keinen klaren Hinweis darauf, dass das mit dieser israelischen Wirtschaftsdeliktei wirklich alles aus der Luft gegriffen ist. Man weiß es nicht. Es steht, es ist alles in der Schwebe. Man weiß nicht, welche Aussagen man glauben kann. Wenn natürlich diese ganzen Aussagen stimmen, dass Kai nur versucht hat, ihn irgendwie rauszudrängen, ist es auch nicht so wirklich cool. Andersrum will er wahrscheinlich auch einfach nur im Sinne des Vereins handeln. Und wir haben auch da einfach keinen Einblick, was da sonst noch so vorgefallen ist. Es ist eine absolute Katastrophe. Ich kann wirklich nicht sagen, es macht mir wirklich Angst. Ich will jetzt hier keine Panik verbreiten, hier wie irgendwelche Great Reset Leute das immer machen, um irgendwie Aufrufe zu kriegen. Aber ich habe wirklich Angst. Ich denke immer an 1860 und Ismaek, dass es am Ende in so einer Schlammschlacht endet. Und warum auch immer, weil wir nicht wissen, was es noch für zusätzliche Details und Vertragsinhalte gibt und ich mich mit Gesellschaftsrecht nicht auskenne, dass wir am Ende irgendwo keine Lizenz mehr bekommen, was auch immer passieren sollte. Vierte, dritte Liga. Natürlich bleiben wir immer Hertha-Fans, aber es deutet sich alles genau zu dem hin, wie es damals mit 1860 und dem Investor war. Es ist einfach nur gruselig. Und die Art und Weise, ich verstehe es einfach nicht, über Facebook, ich verstehe es einfach nicht. Manchmal glaube ich auch, will er die wirklich verkaufen? Oder was? Der ist doch nicht doof. Der hat doch hinter jeder Entscheidung, die er trifft, auch wenn es jetzt so ein Statement ist, ist doch irgendein Kalkül. Der ist Wirtschaftsmann, seit er Wunderkind war bei Kohl. Entweder ist er wirklich völlig verzweifelt, weil er einen Deal eingegangen ist, der absolut scheiße war. Oder er hat jetzt schon wieder tausend Pläne im Hinterkopf, wie er uns schaden kann und wir checken einfach nicht, was er hier macht. Und dieses Statement hat auch wieder nur irgendeinen Hintergedanken. Ich bin völlig überfordert. Ich bin völlig überfordert. Ich versuche dann jetzt morgen das Video zu machen, was ich eigentlich machen wollte, vier Gewinn, wen sollten wir vielleicht oder könnte man im Winter holen für die Position, die ich als verstärkungswürdig empfinde. Ja, und morgen sage ich auch, wann das Gewinnspiel ist. Das wird nämlich wahrscheinlich am Samstag im Stream sein. Aber das überschattet jetzt einfach alles. Können wir nicht einfach mal Ruhe haben? Ey, das ist wirklich, als wenn wir uns den Teufel damals ins Boot geholt haben und den jetzt nie wieder loswerden. Und vor allem, selbst wenn wir einen neuen Investor selber finden würden, wo wir sagen würden, ja, mit dem passt das ganz gut, am Ende hast du wahrscheinlich wieder die gleichen Probleme. Also, es wird dafür keine richtige Lösung geben. Es wird dafür keine richtige Lösung geben. Es ist wirklich fatal. Es ist wirklich einfach fatal. Das erinnert mich ja fast schon, wie hier manche Künstler, die hier irgendwie Schutzgeld zahlen und dann den Nächsten suchen und dann wechseln sie zu dem und dann wird es auch nicht besser. Es ist katastrophal, wirklich. Ich bin wirklich ein bisschen, weil ich auch nicht genug Bescheid weiß darüber. Ich bin zerstört. Ich bin völlig hin- und hergerissen, wobei ich eigentlich nicht wirklich viel ernst nehmen kann, noch von Lars aus sagen, wenn immer das Präsidium schuld ist, irgendwie, egal wer es ist. Ich kann ihn nicht mehr richtig ernst nehmen. Ich finde es absolut eklig, wie er es gemacht hat. Aber trotzdem schwingt er trotzdem was Ekliges bei, wenn hier unser Präsident mit so Vorwürfen beschuldigt wird. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns heute Abend auf Twitch. Vielleicht gibt es ja dann auch schon wieder neuere Erkenntnisse. Macht's gut und hao he. Es ist wirklich einfach nur ätzend. Es nervt mich richtig. Ich kann gar nicht mit diesem Video aufhören, weil es mich so nervt. Macht's gut, Leute. Bis später. Hau he. Bis später. Bis später. Vielen Dank.